Eigentlich schon rausgewählt. Dann wieder reingekämpft. Und am Ende den Sieg mit nach Hause genommen. Das sind wohl wir. Tim und Melina. Let's go. Ja, wir werden in dieser Podcast-Folge vom Aftershow-Podcast über unsere Zeit in der Villa sprechen und natürlich, was sonst noch so passiert ist. Da war ja einiges los. Dafür haben wir Fragen bekommen. Und ich starte mal direkt mit der ersten. Wieso wollt ihr öffentlich machen, dass ihr viel länger zusammen wart, als die Öffentlichkeit wusste? Wieso wird das öffentlich machen? Ich meine, die Beziehung war ja vorbei. Deswegen hat es ja keine Rolle mehr gespielt. Also dann war da drauf schon gelutscht, ne? Ja, also ich glaube, man muss dazu sagen, dieses heimlich-Daten davor haben wir in erster Linie deswegen gemacht, weil es uns einfach gut getan hat. Weil wir gemerkt haben, dass es nach Love Island damals halt zusätzlicher Druck war. Oder uns zu viel war. Genau. Und wir da eigentlich keinen Bock drauf mehr hatten. Es war schon, wir standen ja generell auch das erste Mal in der Öffentlichkeit. Dann noch als Paar das erste Mal in der Öffentlichkeit. Und es gab echt super viele Dinge, mit denen wir selber zu unserer Struggle hatten. Und dann auch noch die Beziehung, die jeder kommentiert hat, wo man sich eigentlich gar nicht so gut kannte und sich auch nicht wirklich die Zeit hatte, sich wirklich kennenzulernen. Ja, und das haben wir dann im Heimlichen getan. Ja, und es war einfach auch so von 0 auf 100. Deswegen war es damals, wie du gesagt hast, einfach alles etwas viel. Und hat ja auch irgendwie 0 damit zu tun, dass man nicht zu seinem Partner in der Öffentlichkeit danach stehen wollte oder sonst was. Im Gegenteil. Das hatten wir alles schon durch. Sondern wir haben es einfach für uns gemacht, weil wir, normalerweise ist ja immer das Gegenteil der Fall. Es wird ja immer alles direkt öffentlich gemacht, um da noch Ferien mitzunehmen, um da noch im Gespräch zu sein, um da noch eine Trennung auszuschlachten. Bei uns war ja eigentlich das komplette Gegenteil der Fall. Einfach, weil wir für uns beide beschlossen haben, sodass es uns besser tut, dass wir damit besser klarkommen und es uns einfach besser geht und unsere Beziehung besser. Ja, es war halt wirklich für uns. Es war halt keine Beziehung für die Öffentlichkeit, sondern einfach für uns selber. Und da hat auch wirklich nichts mit Verheimlichen zu tun, sondern es war einfach, ich sage mal, unser Glück, unsere Privatsphäre war uns einfach wichtiger, als das für Geld und was weiß ich nicht auszuschlachten bis zum Letzten. Ja, das hast du schön gesagt. Ja, ne? Und im Endeffekt waren wir dann trotzdem bei Prominent getrennt, weil ja, die Beziehung ja zu Ende war und wir das Format irgendwie auch immer zusammen geguckt hatten. Also irgendwie war da auch, wenn sie es dumm anhört, trotzdem eine Connection da. Ja, also wir haben generell auch immer sehr viel zusammen geguckt, auch Prominent getrennt, aber halt nicht mit dem Gedanken, dass wir selber jemals da stehen werden. Das ist ja ein bisschen cringe. Was dann alles auch nochmal witziger macht. Ja, dennoch, ja. Ja, soviel zur Vorgeschichte. Dann springen wir mal zum Einzug, würde ich sagen. Ja. Melina, du hast direkt gesagt, bodenlose Gruppe. Hättest du vorher gedacht, dass du mehr als einen Ex-Treffel würdest? Ich finde die Frage super. Ja. Ja, ich finde sie auch super. Bodenlose Gruppe. Ja, ich glaube, man hat, wenn man die Gruppe gesehen hat, allgemein schon sich gedacht, okay, wow, ein Mike, der jetzt durch die anderen Formate nicht so positiv aufgefallen ist, ein Nico, eine Kim. Also da hat man sich schon gedacht, okay, krass, das kann schon echt viel Streitpotenzial geben und sehr viel Drama. Ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich nicht nur auf dich treffe. Ich meine, eine Baustelle reicht ja schon, die ja schon genug Kopfschmerzen bringt. Aber ... Und da konnte man sich ja wenigstens noch drauf einstellen. Ja, richtig. Ja, und dann war ja Max noch da und Tommy, wobei Tommy ja kein wirklicher Ex ist. Also ich glaube, ja, also wir hatten ja nie wirklich was. Es war ja immer dieses Drama mit Aito und dass bei Aito Tommy und Sandra ja schon so ihre Sachen hatten. Deswegen Sandra mich wahrscheinlich auch nicht mag. Ich weiß es bis heute nicht. Aber das werden wir vielleicht noch erfahren. Aber eigentlich auch nochmal gut, dass du das klarstellst. Das war einfach ein Kuss und die ganze Story oder der ganze Stress war eigentlich von Sandras Seite aus. Richtig. Und war nie irgendwie die Intention dahinter oder sonst was. Aber jetzt mal ehrlich, auf jeden Fall hattest du am wenigsten Bock, als du den ganzen Cast gesehen hattest. Boah. Ich glaube, Mike. Krass. Also, weil ich mir schon wirklich gedacht habe, so, boah, ich glaube, ich komme damit gar nicht klar, wenn er so wie im Sommerhaus mit Michelle redet. Also das hat, da wusste ich, okay, ich kann meinen Mund nicht halten. Ich glaube, das wird schon irgendwie richtig Beef geben. Aber das haben wir im Endeffekt ja gar nicht mitbekommen. Ich finde das voll interessant, weil ich kannte Mike gar nicht. Ich habe Sommerhaus auch nicht gesehen gehabt. Und er war ja, das muss man auch nochmal dazu sagen, weil die Frage ja immer wieder kommt. Er war ja richtig nett am Anfang. Ja. Und wenn er geschossen hat, das war ja immer im Interview da hinterm Rücken. Deswegen haben wir uns am Anfang auch überraschenderweise gut mit ihm verstanden. Und jetzt, wenn man die Sendung selber sieht, denkt man sich so, boah, einfach der letzte Mensch. Untertitelung des ZDF, 2020